Alles klar, dann werden wir mal die Party crashen, würde ich mal sagen, weil wir sind Creepy, der Party-Crasher. Auch wenn das hier jetzt ist. Okay, ja, das sieht jetzt... Also, das sieht jetzt nicht so... Captain Rockhoff ist einer der lässigsten Kommandanten, unter denen ich je gedient habe. Er verhält sich fast gar nicht wie ein Captain. Guten Tag. Es muss Trident ein Vermögen gekostet haben, so gut wie jedes interne System mit dreifacher Regeln... Äh, ja... Also, hier unten sieht das erstmal gar nicht so aus, als ob hier irgendwie... Als ob das irgendwie so ein besonderes Schiff wäre. Also, also so... Ich hätte mir jetzt mehr Prunk und Luxus... ...vorgestellt. Okay, das ist... Die Party... Wenn Sie keine Sicherheitsangelegenheit zu melden haben, wende ich mich wieder meinen Pflichten zu. Ja, 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 ja... Ähm... Was mich mal kurz... Wir haben ja hier so zwei Sachen. Mal kurz zurückgehen. Ich liebe meine Arbeit, aber wenn ich ehrlich bin, ist der beste Teil, das wir uns bei den Resten offenlegen. Ah, ich weiß nicht, ob das... Klar, wenn man es überbleibt, immer gern. Oh. Guten Tag, ich wollte nicht stören. Pssch. Ja. Nee. Okay. Danke, dass du es mir, äh, so erläutert. Sie sind Captain Rukhoffs Gast, richtig? Willkommen an Bord. Äh, ja, danke. Ähm, ich such... Nichts geht über den Ausblick aus dem Sternen. Ich such irgendwie so einen Weg nach oben. Also, zum Beispiel hier so. Ah, hier sieht es schon ganz, ganz viel anders aus. Ähm, nichts im Vergleich zu dem Deck darunter. Ja, uha, sogar mit Wasser hier drin. Man muss schon zugeben, das ist echt abgefahren. Ne, ich würde eher sagen, fast, äh, dekadent. Man könnte dran ersticken. Sehr dekadent. Sternensaal. Dann mal. Äh, ja. So. So, Beweislast. Äh, du, 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 du. Äh, da, da, da. Optional. Larry, töte Larry Dombrowski. Finde heraus, wo der Erbpreis ist. Beschwerden über Ihre Reise sollten Sie an ein Mitglied des Personals richten. Alles klar, mach ich. Und, äh, was führt dich hierher? Gast der Gesellschaft, ne? Äh. Die Aussicht ist einfach spektakulär. Mein... Ja, 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 total. Total spektakulär. Sagen wir mal so, er hat schon so viele Leute übers Ohr gehauen. Wenn er plötzlich aus dem Universum verschwende, würde ihn wohl niemand vermissen. Okay. Das ist ja Information über den Ehrenretterpreis. Wer ist für die Geldsäcke der Gesellschaft? Wer nicht mindestens acht Stellen auf dem Konto hat, braucht sich keine Hoffnung zu machen. Alles klar. Äh, was kannst du mir über Gesellschafts... Ja, nee. War das alles? Ja, das war erstmal alles. Wenn Sie an einer unserer Bars einen Drink genießen möchten, dann nutzen Sie Ihren Kabinenpass, damit wir die Kosten mit Ihrem Konto verrechnen. Alles klar, mach. Aufgrund eines bedauerlichen Unfalls können wir auf unbestimmte Zeit keine Weltraumspaziergänge anbieten. Oh. Schade. Wenn Sie beim Abendessen an Käpt'n Rukovs Tisch sitzen möchten, kostet das lediglich 5000 Gratits. Hallo. Gast der Gesellschaft? Ja, bin ich. Ich habe mindestens neun Stellen auf dem Konto. Äh, äh, äh. Hast du die Karte ausprobiert? Nee. Die sind einfach furchtbar. Ja, äh, weil... Die sind einfach nur aufgetaut. Vorsicht, man hat sich wahrlich selbst übertroffen. Ich habe diese Route schon mehrmals absolviert und kann Ihnen versichern, dass es nichts zu beschränken ist. Bei den Personal? Ähm. Ein wirklich... Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber... Bei Trident wird man eben ausgequetscht. Das... Larry ist bei der Galbank A-Level-Führungskraft, was bedeutet, dass er auf Knopfdruck auf alle Konten zugreifen kann. Okay. Angeblich ist er mit zwölf Lupen rein blauen Diamanten verziert. Jeweils zwei Karat. Wahnsinn, oder? Total. Ähm, ich würde aber eher interessieren, wo er ist. Äh... Ich hoffe sehr, zu befinden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Gefällt dir unsere kleine Gala? Ja, total. Es ist... Warum kann ich Dombrowski nicht einfach umlegen? Weißt du genau, was über den Erneuter preist? Oh, jede Menge sogar. Ich verfolge diese Schönheit seit Monaten. Naver und ich haben zusammen an einer... Hey, Moment mal. Hat sie etwa dich alleine auf den Preis angesetzt? Ähm, ich bin nur wegen dem Zugangspass hier. Ach ja? Und es ist wohl auch reiner Zufall, dass du mich genau nach dem Ding fragst, das Naver und ich zusammen stehlen wollten. Unglaublich, dass sie mich übergehen will. Ohne mich wäre der Preis überhaupt gar nicht auf diesem Schiff. Ohne sie kommst du auch nie wieder zurück in die Fliege. Sie hat dir gesagt, dass du mir damit drohen sollst, oder? Diese Hexe. Schön, ich helfe dir. Aber du machst die Laufarbeit. Und ich kriege trotzdem meinen Anteil. Also, wie steht es um deinen Plan? Erstmal, äh, ich habe gerade erst angefangen. Glaubst du, Naver schaffst es, den Preis zu verkaufen? Naver hat mal ein Schiff der UC Security ausgeschlachtet und die Teile über eine Strohfirma wieder an die UC verkauft. Sehr gewitzt. Das sagt doch alles, oder? Mach dir keine Sorgen. Also, wie steht es um deinen Plan? Wie kann ich helfen? Ähm, ich habe gerade erst angefangen. Okay, dann sage ich dir, wer für den Preis zuständig ist. Sie heißt Sheila Holbrook. Du findest sie vermutlich im Sternensaal. Ich versuche, aus ihr rauszukriegen, wo der Preis versteckt ist. Dann sehen wir weiter. Und falls du vorhast, die arme Miss Holbrook umzunähten, denk daran, dass bei einem Schuss sofort der Alarm ausgelöst wird. Das ist sehr bedauerlich. Ähm, kannst du mir mit den... Ja, okay. Du hast zu tun. Ja, ich habe sehr zu tun. Was hat dich her, das Geschäft? Ach. Annerville, ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob F5 die Schnelldingens war. Deswegen machen wir das mal so. Äh, Schnellspeicherung. Ist das wichtig? Ich habe keine Zeit für Belanglosigkeiten. Ich habe gehört, dass du die Verantwortung für den Ehrenretterpreis... Wann findet die Preisverleihung statt? In ein paar Tagen vermutlich. Ich will mit dem Transfer warten, bis wir sicher im Orbit unseres Zielorts sind. Aber sie... Wenn ich natürlich ständig unterbrochen werde, findet die Verleihung vielleicht gar nicht statt. Das wäre sehr schade, wenn, ähm, die Verleihung ohne einen Preis stattfinden würde. Äh, ist das nicht riskant, die Preisverleihung auf ein Starliner abzuhalten? Stimmt, ja. Genau genommen war ich in den letzten sieben der neun Jahre seines Bestehens mit seinem Transfer betraut. Warum fragst du? Äh, du bist sicher nervös, weil du etwas so wertvolles in der Kabine hast. Ich wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Äh, der Preis ist wunderschön. Ich würde ihn gerne sehen. Äh, wo der Preis schon mal... Nee. In meiner Kabine? Also bitte. Ich bin doch nicht dumm. Aber wo ist er denn? Der Preis wird vollkommen sicher im Haupttresor im Büro der Pörserin verwacht. Das ist doch danke für die Information. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit jemandem wie dir zu sprechen. Ähm... Ich finde heraus, wie du den Safe für Pörserin öffnen kannst. Ähm... Ja, machen wir mal. Bip! Was, meine Sternensachen? Ähm... So, aber... Ich glaube, es hätte auch niemand angenommen, dass, äh, der Käpt'n des Schiffes, äh, jemals bei der Fliege gewesen ist. Im Namen von Trident Luxury Lines heiße ich dich an... Wir gehen mit den Sachen von den Passagieren kein Risiko ein. Kann ich aber verstehen. Schlüsseler, voller Schutz... Home-Computer. Ähm... Warte mal. Wir legen mal noch einen an. Oh! Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte eigentlich mit, äh, der leitenden Pörserin sprechen. Willkommen im Büro der Pörserin. Ich bin die leitende Pörserin Murata. Ja, schön, dich kennenzulernen. Was kann ich für dich tun? Ähm... Ich würde mir gerne den Ehren an... Alles dange wäre mein Werk hier im Tresor auch sicher. Oh, absolut! Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geändert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent versiegelt, bis wir den Hafen erreichen. Für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass das Schiff zerstört wird, können deine Hinterbliebenen dein Hab und Gut aus dem Wrack bärmen. Ja, sehr gut. Du kannst dir also vorstellen, dass dein Eigentum vollkommen sicher ist, bis du es wieder aus dem Tresor holst. Ich glaube eher nichts ist sicher. Naja, alles gut, danke. Naja, falls du es dir anders überlegst, ich bin hier. Schöne Reise noch. Äh, was hättest du von Captain Rooka? Sorry, Trident sieht es nicht gern, wenn wir über unsere persönlichen Gefühle gegenüber anderen Crewmitgliedern reden. Okay, überzeugen. Wenn da irgendwas mit Rooka ist, dann würde ich das nur allzu gerne wissen. Ich will meinen Job behalten. Warum sollte ich dir das sagen? Ähm, naja, am Ende wirst du mir doch erzählen, warum sparst du dir nicht in Zeit und machst das gleich. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Ähm, achso, wir brauchen zwei, vier, sechs brauchen wir. Mal sehen, wer zuerst aufgibt. Verdammt. Verstehe ich, ich will die ganze Sache auch nicht sch- Ja, wir bräuchten halt... Ich möchte dir ja helfen. Aber... Äh, ich hab keine Lust mehr zu fragen, raus mit der Sprache jetzt. Das Problem ist, wir müssen... Müssten fünf machen. Netter Versuch, aber nein. Ich weiß, dein Interesse zu schätzen. Mh... Lass mich dein Gewissen mit den Parkurl zahlen. Es geht nicht um Geld. Es geht um die Karriere. Feuert mich Trident, war's das für mich. Und ich wische wieder Tische in einem Terrorbrew ab. Ähm, vergiss es. Entschuldige, dass ich... Warte mal. Wo sind... Ich hoffe, ich hab jetzt den richtigen geladen. Ja, hab ich. Sehr schön. Hallo? Äh... Schön, dass du an Bord bist. Ich würd sie gerne ansprechen, aber... Irgendwie... Ah, jetzt so. Willkommen im Büro der... Ähm... Ich würd mir gerne den Erdenreiterpreis ansehen. Äh... B-b-b-b-b. Ich habe ihn selbst nur kurz gesehen. Aber er ist wirklich wunderbar. Leider ist das Objekt in unserem Tresor weggesperrt. Und der lässt sich nur durch Vorlage einer Abhol-ID öffnen. Okay, also sprich... Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ähm... Die Abhol-ID... Die... Würden wir von... Entweder wahrscheinlich als Gewinner... ...des Erdenreiterpreises... ...oder... ...halt von der Dame vielleicht. Ähm... Ich überspringe das mal eben. Ähm... Was genau macht... Äh... Äh... Naja, falls du es dir anders über... Wäre mein Wertgegenstände hier im Tresor auch sicher? Und was genau macht eine Leitende Pörserin? Äh... Überzeugen? Ich will meinen Job behalten. Warum sollte ich dir das sagen? Äh... Wir finden bestimmt eine Lösung. Schön, dass du meine Situation verstehst. So... Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Denn hätten wir zwei... Wenn wir bei drei... Dann bräuchten wir aber immer noch... Ich brauche nur Informationen. Die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Wenn das... Irgendjemand... Rausf... Määh... Machen wir das hier wirklich? Ja, wir machen das hier wirklich. So... Es erfährt niemand, dass ich... Das von dir habe versprochen. Vergiss es. Ich weiß... Dein Interesse zu... Äh... Entschuldige, dass ich... Kein Problem. Kann ich dir heute sonst noch irgendwie helfen? Nee. Erzähl deinen Freunden, wie sehr dir die Kreuzung... Also wir brauchen hier diesen Abhol... Äh... Die Abhol-ID, um hier überhaupt reinzukommen. Okay. Ähm... Das bedeutet allerdings... Entweder die gute Dame hat den... Was ich mal fast denke. Vielleicht... Die geltenden Sicherheits- und Versammlungsvorgaben. Äh... Speichern. Sehr gut. Die Vorsitzende hat sich... Müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ja, die müssen sein. Ich bin sehr beschäftigt. Dass du siehst... Äh... Ich brauche ja deine Abholen. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Ähm... Gib mir einfach die Abholen, damit ich mich auf den Weg machen kann. Und warum in alles in der Welt sollte ich so einer Forderung nachgeben? Ähm... Es muss doch einen Weg geben, wie wir hier beide als Sieger hervorgehen. Es gibt doch keinen Grund für uns, Problem zu haben, oder? Das hoffe ich auch. Ähm... Es gibt doch keinen Grund für uns, Problem zu haben, oder? Jetzt bewegt sich langsam was. Das hier... Ähm... Klingt so ähnlich, wie... Das, was wir dir vorher gehen, ne? Jetzt nicht voreilig werden. Ja, schade. Ja, kenne ich. Ähm... Ja, jetzt bräuchte ich... Ich habe keine Lust mehr zu fragen. Raus mit der Sprache jetzt. Ähm... Ich weiß nicht, ist das verbarkt? Wann mal... Wann mal... Ich, äh... Oh. Das will ich aber auch meinen. Ist das so, oder? Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Ah, nur so ein bisschen. Keine Ahnung. Ähm... Ich würde mal kurz hier mit... Ah, jetzt ist er weggegangen, oder was? Ne, hier sitzt er noch. Was jetzt? Äh, kannst du mir mal helfen? Solange du daran denkst, dass ich meinen Anteil trotzdem kriege, helfe ich dir wo und wie du willst. Wie steht es um deinen Plan? Ähm... Der Preis ist im Büro, aber ich brauche nur eine Abhol-ID. Wenn das System komplett automatisiert ist, wie die Pörserin dir sicher gesagt hat. Du kommst nur mit Schielas Abhol-ID an den Preis. Aber sie wird sie dir nicht so einfach geben. Hier. Gib ihr das. Das dürfte helfen. Und falls du vorhast, die arme Miss Holbrook umzunähten, denk daran, dass bei einem Schuss sofort der Alarm ausgelöst wird. Mhm. Okay. Musst du nicht irgendwo sein? Ja, ja, ich gehe ja schon. Mhm. Was mich gerade noch mal so mehr oder weniger interessieren würde, also ich würde doch gerne diese Überzeugungsarbeit, falls das noch geht, ähm, mit der Pörserin machen wollen. Äh, war das hier unten? Ich glaube, es war hier unten, ne? Sag Bescheid, wenn die Reise nicht zu vollsten. Schön, dass du an Bord bist. Sorry, Trident sieht es nicht gern. Ja, 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 ja. Ähm, verdammt. Falls ich deinen Aufenthalt noch angenehmer steigen kann, bin ich jederzeit zu diensten. Schade. Dann müssen wir wohl, äh, oder übel, zu der guten Dame. Wenn sie einen bestimmten Mut haben, wenden sie sich bitte an das Betreuungskraft. Müssen diese ungebetenen Unterbrechungen sein? Ja, müssen sie. Ich bin sehr beschäftigt. Das ist mir doch egal. Äh, ist das, äh, hier. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Weil du, äh, vielleicht anders, weil ich deinen Vorteil sehen könntest. Äh, wenn ich, gibt es tatsächlich alles, allem von deinem kleinen Geldversteck auf Paradiso. Ja, Mensch. Ja, aber sowas von selbst übertroffen hat sie sich. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, das, ähm, ging mir ein wenig, also in Anführungsstrichen, zu einfach. Ähm, keine Ahnung, wieso. So, Tür öffnen. Oh. Die Credits, die nehmen wir natürlich auch mit. Unter dem wachsamen Auge von ihr. Ihr ist, äh, ich, äh, ich mache auch die Tür wieder zu, keine Sorge. Äh, oder ich mache sie auch nicht wieder zu, okay. Geht sie vielleicht wieder leicht zu. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal, ähm, zur Partei. Was haben wir hier eigentlich? Ah, okay. Das sind die Kabinen, so wie es aussieht. Wer bist du eigentlich? Ja, aber sowas vom Feinsten. Oder gab es hier vielleicht eine Treppe oder so, dass wir von da oben runter können? Habe ich jetzt nicht mehr, nicht so, ah, hier. Ja, 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 ja. Alles klar. So, können wir ihn jetzt mit Butter einschneiden? Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Die Ansicht ist einfach spektakulär. Gabriel Vera. Hey, tut mir leid, ich bin beschäftigt. Später vielleicht. Alles klar. Und, was führt Sie hierher? Bitte folgen Sie den geltenden Sicherheits- und Versammlungsvorgaben. Versammlungsvorgaben. Okay, okay, okay. Wer bist du? Das Geschäft? Gott. Larry Dombrowski. Okay. Du kommst mir nicht bekannt vor. Kennen wir uns? Ja, äh, über einen Freund kennen wir uns. Aber das wird sich bald ändern. Du liebes Bisschen. Soll das etwa eine verschleierte Drohung sein? Mh, vielleicht. dass wir noch nicht Bekanntschaft geschlossen haben. Also will ich so nett sein und dich warnen, bevor du etwas Törichtes tust. Ich lege dir nahe, deine Worte mit Bedacht zu wählen, wenn du mich ansprichst. Sonst läufst du Gefahr, dass es deine Letzten werden. Bist du dir sicher? Und wieder unterhalten wir uns. Wunderbar. Ich könnte mir wahrlich keinen besseren Zeitvertreib vorstellen. Bist du dir sicher? Äh, du bist definitiv in irgendwas krummen Dingen verwechselt. Gib mir deinen Gelbenstel sofort. Ähm. Oh, glaubst du, du hast den Fall geknackt? Bravo, bravo. Ich weiß nicht, warum du meinst, mich belästigen zu müssen, aber ich kann dir versichern, dass das ein potenziell tödlicher Fehler war. Bist du dir sicher? Vielleicht ist dir nicht klar, wie weit mein Einfluss reicht oder vielleicht bist du einfach nur dumm. Fürs Erste kann ich ein Auge zudrücken. Ähm, okay, ja nun, ähm, dann, hallo, bist du mit Gittergesellschaft? Ja, ja, bin ich. Ähm, dann gucken wir mal, ob wir hier mit irgendjemandem leicht reden können oder so. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Haben Sie die Canapés probiert? Nee, die sind, ja, sind sie. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, hast du die Canapés probiert? Habe gehört, er bucht beinahe monatlich die Galbank VIP Suite auf der Siren of the Stars. Arbeitet der Mann auch mal? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Das war langweilig, ja. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? So, wer bist du? Sie haben bestimmten Wunsch haben, wenn sie sich wieder anders beteut haben. Weißt du irgendwas über... Ah ja, okay. Also er ist eigentlich gar nicht mal so gern gesehen, aber sein Geld ist gern gesehen. Irgendwie ein bisschen heuchlerisch, oder? Technik-Deck. Ich hoffe sehr. In Zukunft finden alle Gebäude der Gesellschaft. Ähm, warte mal, die VIP Suite. Bevor wir da runtergehen, äh, gucken wir mal... Guten Tag. U-Quartiere? Nee, nee, nee. Wenn muss der ja irgendwo ein Quartier haben. Vielleicht können wir dieses ja hacken. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Und da können wir hacken, ne? Ach, wow. Wenn die Leute wüssten, wie gut die es hier haben, gäbe es eine Revolution. Äh. Was haben wir hier? Rolburg Schiller? Müssten wir Experte sein. Aber er hat die VIP, äh, Suite wahrscheinlich. Dann müssten wir die finden. Hier. Kein Zugang ohne gültigen Zugangspass. Mh. Status VIP auf einer Zau unbekannt, äh, Deluxe. Äh, bitte täglich um 23.30 eine Flasche eisgegültem Champagner liefern. Sollte die Kabine leer sein, die Flasche neben dem Bett äh. Oh, gucke mal, einer guck. Na, bevor wir das tun, ich speichere mal. Ähm. Wir haben viele mit 1. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Okay, welchen hatten wir genommen? Äh. Ich glaube, den hier tatsächlich. Oder hatten wir den? Ne. Wir hatten den hier. Dann nehmen wir mal den. Hm. Gut. Wir haben zwei, die passen nun. Super. Ähm. Wir gucken uns nur mal um. Die Blüequellenrucksack. Hm. Ist jetzt nicht so meins. Vielleicht ist... Äh. Äh. Okay. Sam. Erzähl mehr. Ordner. Notizblock. Wettlauf in den Himmel. Nee. Musst er hier bestimmt irgendwie irgendwas Belastendes eventuell haben. Guck mal, Quelle-Sticks nehmen wir mal. Hm. Wann mal. Vorher sollte ich vielleicht wieder nochmal speichern. Vielleicht finden wir da ein paar belastende Beweise. so. Wittig. 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 So. Sehr schön. Warum hat man Kaffee in einem... Ich frage, glaube ich, lieber nicht, warum man Kaffee in einem Safe packt. Aber leider gibt es hier auch nichts auffälliges. Vielleicht auf Klo. Ja. Ich frage, glaube ich. Ja. Ich frage, glaube ich. Ich frage, glaube ich. Ich frage, glaube ich.